ja weißt du wer das ist und wo seine position ist ich wollte gerade sagen wenn ich wüsste wo es ist ja aber wenn ich nicht weiß wo es ist mir nichts wo du bist bist du auch gerade gesponnt ja okay ich versuche mein glück mal hier rechts rum na da sind irgendwo sind sniper der will wahrscheinlich wegen den tickets wie viele tickets haben wir dann überhaupt noch 49 nehmen wir wo steht dann hier die tickets anzahl diese nicht normalerweise steht das immer ganz fett oben drüber wir waren ja die russen ja die haben uns ganz schön ganz schön auf den trapp gehalten aber ich muss auch gestehen keiner von uns hat irgendwie eine chance gehabt da annähernd noch ranzukommen oder dran vorbeizukommen weil sonst ich kenne das spiel kaum und ich weiß dass man das so macht um einfach mal stecken zu haben durch aber die natürlich sind cool die haben mit 32 tics aber die gewonnen mit 32 tics haben die gewonnen echt krass alter das machen wir in der nächsten runde bitte nochmal genauso und zwar alle ich bin dabei ja klar dumm schwärzer alter wir haben gerade auf die fresse gekriegt und wir freuen sich wie die kleine kinder das gerade gesehen unglaublich fährt mir nix mehr in egal ich nehme lieber hier wird man diesmal die ruse oder die anderen nennen wir die graue dann müssen wir auf die grüne schießen können wir von der uniform her besser auseinander ich habe die graue ja rechts habe ich genommen genau rechts äh warte mal warte aber mal mit dem squad äh ich warte warte ja musst du die squads aufmachen und dann gucken wir mal jetzt motor cool boom motor zu also heli ist zu, squad 2 ist zu ich bin auf der rechten warte mal äh bist du im anderen team als ich ich bin bei rechts genau da bin ich auch rein bei die engländer britische army du bist links das ist britische army rechts ist russe nein dann hat er mich ins britische gesteckt ich habe ihm gerade wirklich auf rechts ge... britische rein kommst du äh ich bin noch in keinem squad weil die alle voll sind wenn der nächste squad aufgeht dann gehen wir rein oder? ja oder wie machen wir es... ja... ah gucku ich meine ich könnte... ich mache einen eigenen auf alle scheiß drauf ok wir sind britisch ich habe jetzt einen eigenen auf gemacht hallo ich sehe keinen ich sehe keinen alle sind alle reingekommen ich bin britisch ich bin britisch britisch army ja ja ich bin gerade wieder raus ich habe eben gerade einen squad aufgemacht die haben anscheinend alle drauf gehört ich bin aufgemacht die sind alle rein ich bin wieder raus jetzt der heißt der ist jetzt full squad 5 ich könnte jetzt nochmal einen neuen aufmachen also bei mir steht nichts mit squad 5 hier also wir haben hier squad 1,2,3 also wir haben hier 6 verschiedene squads naja dann bin ich wieder ins falschen Team bist du britisch oder bist du bei wem bist du? du hast schon gesagt du bist britisch oder? ja britisch army ja ich bin auch britisch army wieso bin ich... ok ja jetzt nochmal ein Stück ja was weiß ich oben rechts ganz oben rechts steht da ist die flagge abgebildet ich bin bei der russe du bist bei der russe ok ich bin bei der dings ja dann komme ich rüber einfach zu dir what ah jetzt guck ich habe nämlich grau ausgewählt ohne schein ich weiß doch was ich ausgewählt habe ja kannst du ficken guck hier steht auch teams ah bla 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 teams sind nicht ausbalanciert ja deswegen hat er mich bei die tommies gesteckt bei die schwule bei die engländer alter uff kann doch nicht sein man jo super 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 fahren die jetzt auch oder? ja sie haben mich ja scheiße ich bin bei der engländer wenn ich versuche ja rechts und welch rüber ist ne 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 warte mal ich versuche jetzt nochmal rüber zu kommen aber er sagt mir immer team wäre unausgeglichen warum auch jetzt bin ich bei dir ne doch not aaaaaaah ne 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 bei die russe kann ich not echt verrückt er steckt mich automatisch nicht mehr bei die engländer anscheinend sind die russe ich versuche da rüber zu kommen wenn es geht ja ich mach mal neun squad auf äh da hat nichts waren hier ich kann hier machen nur so ich war noch nie commander neun squad aufgemacht ja also kannst du unser squad fliegen natürlich gerne das einzige was mich jetzt so ein bisschen abfuckt weil sie alle wieder kreuz und quäl haben weißt du ja ja was ist halt das aber es ist gott sei dank keiner bei mir und squad das ist gut ich will halt nur die leader babbeln ach hier ist ein heli oder was ich weiß kannst du uns vielleicht danach auch sobald du es hier abgelassen hast oder hier gibt es heli hätte ich das pilot machen sollen was meinst du denn die fragst du was was mach ich hier zocken was soll ich hier machen was fragst du wie sitch das wie gestehen das witz ich von mir ich glaub ich sie mir krass das ganze sehen sie die auf dem sack oder was sind ne na ich rinke wenn schwarz in der maul geht du kleiner rund halt deine fritz zu spielen ha 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 geil alter uff 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 dinge ganz einfach dinge wenn du schwänze gibst dinge dann hast du den längsten dran so ist das dinge zwölfiger schwarzlutscher der vater kann sein maul halten du ey ha 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 geil schwarzlutscher schwarzlutscher ganz einfach dinge was soll mir dazu einfallen du kleiner spassi du bist cool im internet dinge halt die fresse du spassi denn fuck du dumme huinzone du dumme huinzone du wiff uff du dumme huin du zu di schwein du kleiner spassi halt maul einfach Was geht ab, Z-Band? Naja, für dich diese zwölfjährigen Kinder da, Liga. Beleidig, hier wollen die Leute, Alter. Ah, okay. Ah, Team Balance, hasse ich wie die Pest. Ich stehe mitten im Gebirge, Liga, und was weiß ich, was die hier vorhaben, Alter. Oh, Mann. Servus. Alter, ich wollte eigentlich nur einen Squad kreieren, damit ich hier Flieger machen kann. Jo. So, und dann? Ich hab mich erschossen, wäsch. Teamkiller. Ja, ich wollte einen, komm mal ein bisschen her. Richtig, Hurensohn. Dein Vater habe ich getebacked, du Fotzenkind, Digger. Geh Schwänselutschen. Dein Vater geht Schwänselutschen, du Hurensohn. Gude. Du dreckiger kleiner Schwanzlutscher. Das ist deine Mutter, dein Vater hat Kiebeck, du dummer Fotzenlecker, du Kleiner. Du restliches kleines Miststück. Halt dich, geh gleich nachkommen. Du bist ein richtiger Kartoffelkopf, du fress einen dicken Schwanz, du Fotzen. Ja, die Amos reichen wir noch. Du warst ein kleiner Bastard, schießt er, eisch. Ich wusste das auch. Mir war schon klar, Digger. Jetzt komme ich noch rüber, zu der britischen Army, Alter. Allfänger, German, bist du das oder was? Jetzt lasst ihr mich nicht rüber. Nächster Punkt ist bei euch, bei Malakar. Ich habe keinen Bock mehr, das Spiel geht mir vor auf den Sack, ehrlich. Ich bin schon wieder bedient, Digger. Hörst du? Lass mich hier rüber, Alter. Ja, das Problem hatte ich eben gerade auch. Die ganze Zeit, ich kann nicht drüber. Oder besuchen Sie uns in einem Server, Alter. Arf, wenn du scheiße, Digger. Oder besuchen Sie uns in einem anderen Server. Das ist es, Alter. Arf, aber spielen alle. Was führt denn zu das ein? Die Diggse, Pseule. Einsteigen. Oh, der ist so laubig, ich habe gar nichts, oder man? Oh, der ist, der kräscht gleich. Äh, es wird ein Farker 6, bitte. Haben wir noch einer? Ja, ey. Alle, die Leute gehen da rein in den Scheiß-Heli. Dann soll ich das in den Command Channel mit Farker 6. Ja, wir suchen einen anderen Server, komm. Das geht mir gerade tierisch auf die Eier. Ja, ich muss hier raus aus dem Server, das ist nix. Ne, tierisch auf die Eier. Server, Browser, wir suchen uns einen anderen Server, Alter. Das ist nix. Ja, da sind ein bisschen wenige, 31 Leute hier. Rebels, Squad, New Players, welcome. Ja, komm, da gehen wir da drauf. Wie heißt der? Ähm. Ähm, guck mal, hast du den Stream gerade offen? Ne, hab ich nicht. Server, Browser, da sind 31 Leute drauf. Ähm, warte mal, welcome, 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 hier, German, slash, und dann EN, in Klammern, Born, Rebels, Squad, hier, Server, New Players, welcome. Ja. Sind 31 von 100 Leute sind da drauf. Ja, okay, komm, geh drauf. Das ist ruhiger. Ja, das ist auch wenig, ja, wenig Leute, gell. Ja, die vollen Server, du siehst ja, da ist ein richtiges Chaos. Und wenn du dann solche Vollpfosten da hast, bei 31 Spiele, ne, gut, wird bestimmt auch mehr. Das fühlt sich ja noch. Ich geh mal drauf. Hallo, Google Ping, also passt. Hm, okay, Unreal Engine Crash Report, nice, ist gecrasht, also, stand and close. Auch nicht schlecht. So, seitdem ich das Spiel habe, du hast jetzt das erste Mal, dass das Spiel abgeschmiert ist. Auch nicht schlimm. Ja, echt. Jetzt werden wir das Game nochmal neu. Ah jo. Gucken wir mal. Gibt. So, Sandy, ich guck mal, vielleicht finde ich den mit der. Der heißt? Äh, jo, ich hab ein Befono. Gern 2, genau. BRC, Born, Rebel. Ja, genau, genau. Ich bin in Teamauswahl, sag mir, wohin gehen. Äh, ja, ich connecte grad noch. Hier einfach in das Team, wo mehr Platz ist. Steht auch hier nix, wo mehr Platz ist, also, steht hier bei mir nix. Ja, wenn du... Hier 16, 15 Planeten, ja. Ja, genau, dass wir dann dahin gehen, wo weniger sind, dann können wir auch, kommen wir auch in ein Team. Weil ich weiß nicht, ob da das Team Balance-Dings an ist oder nicht, weißt du? Ah ja, gehst du in die Russe rein, 15. Ja, dann komm ich da auch gleich hin. Also, wenn du bei der Russe bist, dann komm ich da auch hin. Zweiter Squad. Was sind denn die Russe? Ich mach mein eigener Squad auf. Äh, war das links die Russe? Ja, links die Russe. Okay, ich komm in dein Squad. Nice, bin drin. Gibt's hier Flieger oder irgendwas? Nee, gibt's keine, sonst hätte ich ein Flieger ausgewählt. Oh, okay. Dann wähl ich einfach den... Ja. Okay. Alles klar, bin bei dir. Äh, Spawnnummer, Main oder in der Mitte? D4, oder? Diese D402, FUB. D4, also O. D4, 2, 8. Alles klar, dann spawnnummer da. Alles klar, nice, passt. Ja, cool, du hast ne... Du hast ne Zahl über im Kopf, das ist gut. Passt. Wo müssen wir hin? Sieht schon fett aus, Mann. Äh, drück mal auf M, dann sehen wir, wo wir hin eiern müssen. Ich denk mal, wir müssen hier... ...nach...nach links, oder? Nach links, wenn du fahren kannst, klar. Du weißt, ich hab jetzt nicht den Pilot, deswegen... Dann kommen wir hin auf Lander, schau's doch. Das ist die falsche Richtung, oder? Wir müssen in die Gegensichtsrichtung. Okay. Ja, sag du, oder? Ich weiß nicht. Nö. Ich denk mal, wir müssen in die Richtung. Ah, wir müssen Tempest Estate und... Genau, ich hab jetzt reingezoomt. Ja, ich glaub, da müssen wir hin. Ich geh mal stark davon aus. Problem ist halt, dass wir jetzt die Sonne genau in der Fresse haben. Geblendet. Alter. Was ist denn hier los? Trauungen kommen mir da näher hier, geht der Punk ab. Also, die Grauanzüge sind unsere, gell? Warte mal, ich muss da mal kurz gucken, wie du aussiehst von der Uniform. Ja, das ist so, wenn du... Ja, alles klar. Oh, hier liegt einer. Den hat's umgerissen. Okay. Okay. Let's go. Und du kannst das, wenn du noch ... ... ... ... ... ... ... ... war das ein teammate oder ein gegner auf dem wird geschossen der hockt hier auf dem dach alter ich glaube dass man teammate die liegen auf dem dach sind die weg da hoch finden oder sein köpfchen wenn ich sein köpfchen ist vorbei die sind im haus im haus sind welche vorsichtig im haus sind welche auf dem dach und im haus auf dem dach und im haus alles klar alles klar ab dem hier jetzt gedrückt einfach nur feierabend beide weggeputzt ich komme jetzt von unten da hat der eine hoppte auf dem dach sind man bei dem hauptgebäude in der mitte der andere ist im gebäude und einer und ohne rum und trotz die leute weg die dem gebäude zu nahe kommen das sind drei mann die das ding immer im blick haben also total beknackt deswegen das von gleich machen dann schauen wir mal wie es weitergeht jetzt rechts von diesem rechts in der stadt ich sehe in der ome fenster sein ja die sind da ... ... ... ... ... ... ... Ich würde die flankieren. Ich weiß ja wo die Arschgeigen hocken. Ich habe es auch gesehen. Die sind also jetzt nicht so die Dings. Wie gesagt, die haben sich da oben wie die Zecke. Wie sagt man, die Maden im Speck. Ich muss dir das vorstellen. Ich bin dann jeden und alles hier weggekommen, die dann zu nahe kommen. Die schießen mit Mörsern da drauf. Das sind unsere, die das Ding unter Beschuss nehmen. Das macht sie gut. Das sind unsere, die mit dem Mörser da drauf schießen. Nice. Gut, gut, die räumen auf. Weiter so, weiter so mit dem Mörserbeschuss. Das ist genau richtig. Ich habe dich kurz gesehen hier. Okay, du bist zu voraus. Hier liegen schon zwei. Sorry, ich habe da kurz mal drüben mit der Granate gecleared. Das sind ja nicht hier die ganze Zeit nicht auf. Das ist direkt an dem Haus. Achtung, das ist direkt LMA. Ah, ich sehe sie. Hallo. Das ist die Teammate, sorry. Scheiße, die können wir... Ah ne, die können wir... Hier, Alter, warum schießt ihr auf die Teammates? Was geht denn hier ab? Ich hoffe trotzdem, das triggert sie. Sandman, ich weiß nicht, ob das Teammate sind. Ich weiß nicht, ob das Teammate sind. Da oben ist ein Teammate von uns gewesen, ja. Hallo, bist du dumm oder was? Oh man... Schießt ihr auf die eigenen oder was? Ja, schießt ihr auf die eigenen. Ich? Ach, schießt ihr auf die eigenen. Ich habe dich die ganze Zeit gerettet. Ich habe noch nicht eine Kugel abgefeuert. Hier unten ist ein Teammate von dem gleichen Team. Der knallt uns alle ab. Das kann doch nicht sein, ey. Hallo, ganz ruhig bleiben. Hallo, ganz ruhig bleiben. Ja, sterbe nicht. Ja, sorry. Dieser Huhnsohn knallt immer wieder die Leute ab, Alter. Der ist hier unten im Haus drin, Sandman. Dann war noch kurzer Hekt und deswegen habe ich euch... Das ist so typisch Kartoffel, gell? Sandy? Ja, ja. Hier rüber, hier rüber. Hier rüber, hier rüber. Hier rüber, hier rüber. Oh. Oh. Die eigene Mutter zählt nicht. Na? Nur so zu einfach. Hier rüber, hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Oh. 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 Da kommt jemand. Oh. Der schießt voll rein, Digga. Hat mich. Ja, komm. Ich mach den Rest. Halt ne Deckung bitte. Ja, ich bin down. Der kam einfach rein. Er hat gerade aufgeräumt. Er hat gerade aufgeräumt. Er hat gerade aufgeräumt. Hast du es gesehen? Oh. Ja, der hat mich weggeholt. Mit so einem. Granatpfeffer. Schön. Boom. Nicht mehr. Alter. Ja, der hat uns gesehen. Keine Ahnung, wie viele Kills der jetzt an der Stelle gemacht hat. Der rennt da alles im Kreis, weil er die Dings. Das Problem ist halt, wenn du die Map nicht kennst, bist du gefickt. Ist wirklich so. Ja. Und die Spiele, das spielt ja schon etwas länger. Weißt du? Die kennen ja auch die Maps. Ja. Da machst du halt nix, ehrlich gesagt, dein Ding. Ich stelle mich auch gerade an wie ein Noob. Das ist aber normal. Ja. Ja, ja. Aber guck mal, wie viel du da spielen musst, bis du da reinkommst. Da habe ich keine Zeit für dich. Ich weiß nicht. Das ist schon. Das ist ja Arma-Style schon. Das ist schon Arma wie Arma, Mann. Muss mal sagen, wie ist es so, Alter. Das ist wirklich wie Arma, Alter. Arma ist extrem, ich weiß nicht, viel zu kompliziert, Mann. Ja, die Arma hat halt auch komplexere Sachen mit so Dingen, Steuerung und so ein bisschen. Aber das hier ist ungefähr. Aber vom Spielen und so ist gleich. Finde ich. Also für mich fühlt sich das genauso an. Ja, ich sag, also ich finde halt, das ist viel viel einfacher. Finde ich jetzt. Ja. Macht halt definitiv mehr Bock wie Arma. Ja, genau. Ob der da jetzt in einem Panzer und schießt mit einem Panzer die Leute da weg? Ja, tatsächlich, Alter. Das ist ein Gegner. Ja, ich bin schon wieder Pappsatt, Alter. Richtig geil. Du schießt auf die Leute und es passiert nichts, Alter. Ja, da hat eben gerade ziemlich viel aufgeräumt. Und am Ende ist sogar noch einer ausgestiegen, das war das Rittgegen. Das ist ein Team-Mate, Digga. Das ist ein Team-Mate. Der schießt da mit einem Panzer auf uns. Ist das dumm? Und der schießt da auf uns, oder was? Der schießt voll in meine Garage rein und mich voll der gerutscht, Digga. Drei Mal hat er auf mich geschossen und hat drei Mal gesehen, dass es nicht war. Der muss es ja gesehen haben, weil er drei Mal auf mich schießt und mich nicht trifft hat. Da ist er einmal, mindestens einmal gesehen, dass er schon in seinem Panzer hat. Ja, dann würde ich ihn aber auch mal hier direkt mal reinquatschen. Wenn ich sage, was die Scheiße soll. Ja, aber mehr Team-Kills als sonst was hier. Lächerlich. Oh, scheiße. Die eigenen Team-Mates können die einen nonstop ab. Ja, das tut auch. Da ist es, Digga. 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 Weiß ich nicht. Ich meine, wir gucken jetzt mal, was da für eine Runde kommt. Wenn nicht, sage ich das auch gleich in-Games. Sag ich hier, Jungs. Könnt ihr euch den Server, könnt ihr euch da zwei schieben. Ihr macht hier mehr Team-Geld. Weil, weißt du, das geht einfach nicht, Alter. Absolut No-Go. Ja, sinnlos, Alter. Es ist wirklich sinnlos, Alter. Das kann immer passieren, okay, und so. Die Stars, aber Digga. Ich bin drei Mal, bin ich im Ausgewischen Mühe geschossen auf mich. Man muss das noch gesehen haben, Alter. Seid einfach Idioten, die keine Ahnung haben von dem Spiel. Ich denke, das wäre COD oder so. Ich weiß es nicht. Klar, kannst du hier spielen wie COD, aber da musst du halt fit sein. Was wollen wir für ein Team? Mach du aus. Wollen wir die Amis nehmen und die Russen? Wie viele sind hier bei den Amis? 24 und bei den Russen sind auch 24. Es wird ausgeglichen. 26, 26, 27. Oh, Alter. Hart an hart, Kopf an Kopf rennen. Irgendwas nimmst? Ich weiß es nicht. Die Teams sind beide ausgeglichen. Ist doch egal, wo du reingehst, oder? Äh, ich nehme die Rose. Die Amis haben dann können wir auf grün schießen. Ich bin bei der Rose. Äh, und jetzt bin ich bei der Amis gelandet. Alter, was ist das für ein Scheiß-Spiel? Da! Komm, raus Digga, raus. Komm, hier. Ja, sag ich auch gleich. Alter, was für ein fucking Server hier. Okay, das Team Balance ist wieder an. Komm, gehen wir vom Server, Alter. Schnauze, Dick. Kann man nicht zusammen gehen, Alter? Oder so? Nein, ich habe das jetzt noch gesagt, Alter. Faxen, Dick. Die Wichse haben Team-Dings an. Äh, Team Balance. Ja, wird dann immer ausgeglichen. Damit, damit jetzt die Gleichheit gewahrt ist. Ey, so ein Rotz. Weißt du, ne? So ein Rotz. Ist halt voll dumm für die Team, die im Team spielen wollen. Wie machen das die Leute, die im Team spielen wollen? Geht nicht. Wollen die alle erzählen, dass sie alleine spielen hier. Ja, die wechseln dann immer. Ja, ich habe den Server gerade verlassen. Ist nicht zu blöd. Wenn Team Balance an ist. Man müsste mal gucken, ob das hier mit drin steht. Bei manchen war das aufgeführt, ob Team... Ich habe bei mir das ausgemacht. Das geht mir so auf die Eier. Das heißt, wenn wir da drauf joinen würden bei uns auf dem Server, würde der dich dann immer in ein anderes Team schmeißen. Weißt du? Immer schön auseinander, damit immer die Teams ausgeglichen sind. Was ist denn das bitte schön? Das ist sinnlos bei so einem Server. Wenn der eh voll wird, dann ist doch scheißegal. Ja. Ja. Was ist das? Polska. 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 Musst du schon auf dem Deutschen, gell? Mit GER eingeben? So viele sind gar nicht am Start. Das ist ja das Problem. German Squad. German Squad. German Squad. Monodonne, Alter. German, der ist voll. Hier ist wieder der Ball-Rebel-Scheiß da. Hier, Rangers, Polska. Aber warum ist der bei Deutsch, digga? Polnisch, Englisch. Ich geh... Wegen Rangers. Okay. German Squad Server, have fun. Da ist das leer. Die erste Public ING, bla bla bla. Da ist voll. Da sind auch zwei Slots reserviert. Also von 100 Spielern sind 98 drauf. Zwei Slots sind reserviert. Was eigentlich auch total bescheuert ist. Normalerweise müsste man alle 100 Slots belegen. Da wird es dann so gemacht, das können nur 98 Spieler drauf. Und zwei Slots werden die ganze Zeit freigehalten. Total bescheuert, weißt du? Gut. Auf der anderen Seite kennst du das, wenn du natürlich dann spielst und bist auf einem reservierten Slot im Game und dann kommt ein anderer, der den Slot reversiert, fliegt halt aus dem Game, was eigentlich auch scheiße ist. Ja. Und dann ist es besser, die dann gleich wegzunehmen, damit genau sowas nicht passiert, weißt du? Dass das ein Spiel fliegt. Sondern wenn voll ist, ist voll. Ja. Deutsch. Ja, ich hab hier... Da kann man so einen Filter anmachen. Bei den Filtern zeigt der dir auch die reservierten Slots direkt an. Ja. Die hab ich auch eingeschaltet. Leere Server, Modded Server. Ja. Der zeigt halt alles an. Hm. Jo, such du was aus, Sandy. Wenn du was gefunden hast, dann komm ich nach. Schwierig, Alter. Wirklich schwierig, was zu finden hier. Ich guck mal. Ja, es sind halt Pings von 1300, Digga und so. German. Mal unter German. Also, wenn du nur... German, Englisch, Born to Kill, weißt du? Wieder. Wieder dieser scheiße. Gibt keinen deutschen Server, der so... Fans of Bastards? Was ist das halt? Ne. We Love Squad, German, German. Englisch oder türkische? Guck mal um türkische geh hier. Ach, Herr Uff, Alter. Tu mir das mit denen ab und da an. Ehrlich. Ich werd dann ziemlich... Das ist einer verstandene Sprache. Ne, dann werd ich ziemlich schnell beleidigen. Das ist nicht okay. Weil die dann auch frech sind. Die können sich nicht beherrschen. Mit solchen Leuten spielen macht keinen Bock. Ich sag dir ganz ehrlich wie es ist. Das ist kacke. Ähm. Ne. Was haben wir noch? Na ja, Born to Kill alles. Oder... Born Rebels Scorch heißt er. Nur der. Das ist der einzige, der noch Slots hat. Und der fast voll ist. Alles andere gibt's keinen deutschen. Born? Wo liest du das? Ich such... Ich guck grad, aber ich seh den nicht. Born Rebels. Ja, ja. Born Rebels, genau. Alter, der ist jetzt schon so voll. 85 Leute sind da jetzt drauf. Ja. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Wir waren doch grad auf... Das war doch auch das mit dem Team-Dings. Pff. Ne. Die Map ist scheiße. Guck mal auf die Map. Wenn du drauf klickst, dann siehst du rechts das Bild. Die Map ist der letzte Müll, Alter. Open Field. Da bist du einfach gefundenes Fressen. Ähm. Das ist nix. Das würde ich auf gar keinen Fall spielen. Ne. Es gibt da keinen deutschen Server, der... Es gibt einen German Squad Server. Have fun. Der ist komplett leer. Ja. Und... Also ich checke es halt nicht. Dann hast du noch einen... Twitch.tv Community Server. Jo. Mehr Infos zu... Zockis. Alles klar. Du bist auch so ein Zockis. Es sind aber auch keine Leute drauf. Interessant. Jo. Hm. German Squad. Ne. Ich finde hier keine gescheite Server. Ich habe auch keinen Bock mehr ehrlich gesagt. Ich bin satt. Das hat gerade meine Stimmung komplett runtergezogen. Jo. Gern mal eine anständige Runde gespielt. Nächstes. Ne. Gar nicht. Satt. Ich weiß genau. Ich habe auch keinen Bock mehr mit. Ja. Geht auch. Vielen Dank.